Ich hoffe, dass die Kinder einen coolen Tag haben bei uns, dass sie eine gute Erinnerung haben und vielleicht mal entweder hier arbeiten oder Athletinnen oder Athleten bei uns werden, vielleicht mal in einem Kader sein und einfach Swishy eine gute Erinnerung haben. Ich habe mir jetzt gefallen im Lager und alles eigentlich, ja. Mein Trauerberuf ist Skifahrer werden. Fussballer zu werden. Fussballstart zu werden. Danke. Bis zum nächsten Mal.